Hallo und willkommen zum ersten Kampftag Blutigerkampf 4 Sterne ohne Grün. Meine Verteidigung macht so weiter wie sie letzte Woche geendet hat, aber gut, lieber nicht einmal angegriffen werden als einmal angegriffen werden, E haben und dann die Woche komplett auf E bleiben. Also wollen wir uns nicht beschweren. Gucken wir mal rein. Okay, Lila, Sturmangriff, Gift, Schaden verteilen. Da haben wir Mana senken. Wir wollen auf jeden Fall Gelb nehmen. Und wir wollen eigentlich entzaubern, das heißt wir nehmen Blau. Und es ist Sturmangriff auf der anderen Seite, ne? Es ist Sturmangriff, das dürfen wir nicht vergessen. Gucken wir mal. Sturmangriff. Warte, es ist doch gar nicht Sturmangriff. Es ist blutiger Kampf. Wieso schlägt er mir denn dann hier die Vollschnellen vor? Das ist ja hier. Jetzt hat er mich fast gehabt und ich habe nicht darauf geachtet. Unglaublich. Wir nehmen Nordry, wir nehmen Jout. So viel nehme ich schon mal mit. Wir nehmen Quasir. Blutiger Kampf, blutiger Kampf, blutiger Kampf, Kampf, Kampf. Wir nehmen Poppy. Und blutiger Kampf, blutiger Kampf. Ne, dafür bist du zu langsam. Blutiger Kampf, komm her. Da wäre ich jetzt aber richtig angeschmiert gewesen. Hätte ich den Fehler gemacht. Alter Schwede. Da wollte das System aber ordentlich einmal so richtig einen verpolen. Oh, da kommt viel, was nicht soll. Ja, okay, reicht. Ja, die Combo läuft. Alles gut. Mach ruhig. Lauf weiter. Okay, da geht es rein. Da spielen wir rein. Da spielen wir rein. Dann haust du drauf und du haust da drüben drauf. Und dann gucken wir mal, was hier noch steht. Ja, ich würde sagen, das ist ein Sieg, ne? Den Autohit nehmen wir noch und dann hauen wir hier rein. So bitte immer. Da wäre ich fast drauf reingefallen. Das ärgert mich. Ja, welcher Quasir löst zuerst auf, ne? Aus, das ist die Frage. Ich gehe das Risiko ein in der Hoffnung, dass ich links spielen kann. Okay, wir sind sowas von am Arsch. Okay, das ist egal. Wir brauchen die beiden gelben Steine. Bienen. So, jetzt haben alle schon den Fluch. Dann lösen wir quasi doch mal schnell aus. Oh, macht er gar nichts. Macht er da. Tut uns das leid. Nein, so überhaupt nicht. Dann lassen wir die Bienen noch ein bisschen arbeiten, das Gift. So, das wird jetzt wehtun. Tod. Bienen. Gelb ist wieder geladen. Wenn ich gerade auf Nordic drauf haute, überleben wir das locker. Bienen. Da feuern wir drauf. Das geht da rein und dann haben wir gewonnen. Haben wir hier. Ja, Mensch. 2-0. Das sah gar nicht mal so gut aus, das Spiel. Sag mal, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Langsam, lang, sehr langsam, sehr langsam, langsam. Da kann man nur hoffen, dass man schneller ist, aber so ein bisschen ist das. Den Diamanten brauche ich in Rot nicht. Ich brauche hier Farbe, aber jetzt muss ich ihn doch machen. Dann soll er halt auslösen, ist okay. Ja, wenn das Board nicht will, dann verliert man auch gegen das, was ich eben gerade noch belächelt habe. So, weg damit. Okay, eine Gefahr ist weg. Jetzt brauchen wir hier nochmal ein bisschen gelb. Da ghosten wir gelb. So, das überleben wir und dann war es das für ihn. Der kommt nicht mehr dazu zum Feuern. Das wurde ja nochmal knapp. Da war das Board aber auch so gar nicht dabei und wollte mal was machen. Das war Arbeitsverweigerung vom Board. Kann man nicht anders sagen. Crafty crap, Kappa. das war immer auch immer hier kommt bloß aus, hier kriegt keiner natürlich, der eine kriegt ist aber noch können wir dagegen können wir dagegen anhalten, vorausgesetzt das wird jetzt langsam hier mal das ist blöd, dass wir da nicht in die beiden Eulen links rein spielen können, weil die klauen uns nämlich jedes Mana schön gemein ja, jetzt muss ich versuchen, dass ich die zwei Züge überlebe, aber ich glaube, das wird nichts das war's da können wir nichts mehr machen das war zu lange gedauert, bis ich da das Mana hatte, na gut kriegen wir noch was mit Jo, Gunnar kriegen wir noch mit wenigstens haben wir noch die Punkte für Gunnar bekommen hmm da müssen wir weiter rechts rein spielen, wir brauchen gelb fühlt kein Weg dran vorbei, gelb oder blau und da ist beides nicht so, also können wir auch irgendwo Schaden reinmachen so da spielen wir blau für die nächste Runde hoch das sollte dann reichen so du klaust mir meinen Mana und du löst eh aus, dann können wir da auch rein spielen damit haben wir gelb geladen nicht auf quasi, nicht auf quasi, sehr gut damit haben wir gewonnen das sollte jetzt hier durchgehen allein die Minions sollten reichen wenn wir da links nicht rein spielen, sollten die Minions ihn killen 317 Lebenspunkte gut, ist alles nach links gegangen ja, komm her er löst eh aus, dann können wir auch rein spielen da kann ich zwei killen sehr gut verabschiede dich aus dem Leben raus nix wie raus mit dir du kannst nix mehr da sieht man mal, wie geil quasi er ist wird Zeit, dass er fertig gebraked ist und dass ich da das Consumium bekomme ich hoffe, dass ich noch angegriffen werde die Nacht und dass ich gewinne und dann sehen wir uns morgen wieder macht's gut, tschüss sich sch drawings sch sch sch